Herzlich willkommen zu meinem neuen Kanal, Camping Tool Time. Das ist ein Kanal, wo es sich um Caravans, um Wohnmobile, um Vanlife dreht quasi. Ich bin übrigens einer der ersten Vanlifer gewesen, die hier auf YouTube ihren Ausbau gezeigt haben. Damals war es noch ein alter Ford Transit, wo ich auch meine Hochzeitsreise mit meiner Frau unternommen habe. Danach kam dann der, ja ich sag mal, ein Alkofen Oldschool Wohnmobil, ein etwas neuerer, ein XGO. In der Corona-Pandemie fingen die Preise anzusteigen oder konnte ich nicht widerstehen, ich habe ihn verkauft. Und ja, ich würde sagen, es ist soweit. Wir starten den Kanal mit einem Grand California 600 von VW. Und ich möchte euch auf diesem Kanal zeigen, ja, mein Leben da drin, beziehungsweise meine Arbeit, die Stellplätze, die ich erreiche. Ja, cooler Camping Stuff, den man so braucht oder Gadgets. Ich möchte mit euch auf die Messen gehen und zeigen, was geht überhaupt ab und wie viel Spaß. Macht das bitte schön, mit einem Camper unterwegs zu sein und ja, einfach das Vanlife zu leben. Und ich freue mich richtig darauf, mit euch die Sachen zu rocken. Deswegen abonniert den Kanal, drückt den Daumen nach oben, bis er abfällt. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Ich würde sagen, die Tage geht's los. Wir holen mein neues Wohnmobil ab, den Grand California 600 und starten somit Vanlife, beziehungsweise Camping Tool Time hier auf YouTube. Hör, 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 hör. Konnte ich mir nicht lassen. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.